Meine Damen und Herren, wir beginnen unser Musikprogramm mit einem Marsch. Der Jugendauswahlorchester Marsch, der Knoboermarsch. Das war das erste Stück, das vor elf Jahren die jungen Leute hier gelernt haben. Es ist von einem unbekannten Komporisten, wurde von Herrn Geiger für die Harmonikamitglieder umgearbeitet. Und das hat Ihnen so gut gefallen, dass Sie ihn automatisch zu unserem Auftrittsmarsch erklärt haben. Ich bitte sehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 Applaus